Hallo ihr Lieben, ja heute gibt es etwas zu feiern, eigentlich gibt es den ganzen Monat schon was zu feiern und zwar mein Blog wurde zwei Jahre alt, ja Theodora Flipper gibt es jetzt genau zwei Jahre, ich habe damals angefangen mit den ersten Videos und den ersten Beiträgen auf meinem Blog und ja die Zeit vergeht so schnell und jetzt sind schon wieder zwei Jahre um und ich habe mir gedacht zu meinem zweijährigen Geburtstag möchte ich eine Kleinigkeit an euch verlosen ich bin euch nämlich ganz ganz dankbar, dass ihr immer meine Videos anseht, kommentiert, liked, meine Posts nachstylet, meine Outfitbeiträge meine ich jetzt und so für mich da seid und mich so unterstützt, das finde ich wirklich ganz ganz toll und da möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei euch dafür bedanken weil ohne euch gibt es mich natürlich nicht und wenn ihr es nicht angucken wollen würdet, dann ja dann würde es mich wahrscheinlich auch nicht geben ja deswegen ein herzliches Dankeschön an euch für die Unterstützung und die lieben Worte und Mails und alles zusammen erstmal Dankeschön und ich habe da eine Kleinigkeit für euch ich zeige euch jetzt noch nicht alles, aber in dieser Box hier befinden sich ganz viele tolle Produkte ein paar Teile davon zeige ich euch jetzt ich habe über die letzten Monate mir so gedacht, was euch vielleicht gefallen würde was euch auch wirklich glücklich machen würde zum Beispiel ist das hier diese, die finde ich so toll, die habe ich bei Druckeriemarkt Müller entdeckt das ist so eine, ja, wie sagt man die Dinger, diese Aufklebewimpern und zwar in verschiedenen Styles, die hier finde ich ja besonders toll und ja, ich kriege ja immer so viele Zuschriften wegen meinen Wimpern, wegen meinen Extensions und da habe ich mir gedacht, es ist natürlich etwas teurer hier immer diese Extensions zu machen aber wenn jemand mal schön abends Party machen will oder auch mal tagsüber mehr den Augenaufschlag haben möchte das ist total perfekt und deswegen, das ist so ein Geschenk, was mir, uh, das Licht was mir halt am Herzen liegt für euch dann habe ich dabei eine, ähm, eine Eyeshadow Palette von Sleek, die Eye Divine und Storm Palette, ich zeige euch die Morph Null, die Farbe damit ihr auch seht, was ihr gewinnen könnt na toll, das sind jetzt wieder die Paletten, die, ja doch, sie geht auf ich muss nur ganz vorsichtig sein, dass nichts passiert ähm, das hier sind die Farben das sind sehr hübsche Farben, dunkle Farben eher herbstlich, also passt sie auch schon mal perfekt ja, die habe ich für euch dann ist dabei eine Sonnenbrille von Zara Body Lotions und Duschgele von Treckle Moon in den leckeren Sorten Raspberry Kiss und Coconut Island dann Nagellack und, ja, etliche Sachen und, was ganz toll ist, den geliebten, riesengroßen Sissy-Beutel den ich auf der Messe bekommen habe und jetzt auch wieder in Kopenhagen da möchte ich einen davon abgeben, weil ich finde, die Tasche ist so schön dick und so, ähm, perfekt zum Shoppen auch einfach nur für die Stadt, weil sie sieht schön aus und, ja, ist einfach, äh, eine tolle Stofftasche ja, und jetzt kommt das große Highlight das dabei ist und zwar ein 50 Euro Gutschein von Topshop geht auch an euch beziehungsweise an einen Gewinner, eine Gewinnerin ähm, wie ihr das Set gewinnen könnt das Geburtstagsset das könnt ihr auf meinem Blog sehen ich habe ihn hier unten verlinkt in der Infobox und auch hier oben werde ich ihn noch irgendwo reinsetzen da, wo noch keine Lampe hängt hier bei mir im Wohnzimmer da werde ich meinen Blog verlinken wenn es, wenn es geht ja, ich probiere es mal ähm, ansonsten in der Infobox und da seht ihr dann auch, wie ihr gewinnen könnt das Gewinnspiel wird bis Ende des Monats gehen und, ja, ich drücke euch ganz fest die Daumen falls ihr nicht gewinnt, seid nicht traurig es wird bald wieder was geben aber mehr möchte ich noch nicht verraten ja, dann auf mitmachen ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und nochmal vielen lieben herzlichen Dank an euch tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal